Moin, mein Name ist Lena Leclerc, ich komme aus dem ECG und ich bin in der Klasse 3.3. Ich habe heute bei der Plank-Challenge gewonnen, man hat 8 Minuten 15 und hat immens viel Spaß gemacht. Ah, merci! Moin, ich bin Jerry Hoffmann, ein Infos-Prof am ECG. Und ich habe heute bei der Plank-Challenge gewonnen, die 10 Minuten gewonnen haben. Merci! Hallo, ich bin Mila, ich bin Dedeck-Legia. Ich bin der Plank-Challenge gewonnen in 12 Minuten. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.